hallo und herzlich willkommen zur neuen folge los hier mal auf roh court hier mit der weisen heute kai und malin moin schau dir mal kurz kai an da sind alle drei gegner gespawnt alle drei gegner sind bei kai gespawnt ok wow irgendwie fehlt da noch einer oder wo ist unser tor warte mal ne warte mal die war auf der falschen seite ja das ist unser tor das ist unser tor was irgendwie war das kann falsch rum ja der falsche seite gestanden wenn alle auf der seite kann das sein ok wir erst mal hinten nach zehn sekunden dankeschön wir machen wieder wechsel ich geh ins tor also gleiche taktik wie vorhin bevor wir so schlecht waren und drei dinge reinbekommen haben nicht wahr malin ja das war deine schuld ja ich sag nur ich gehe raus weil ihr könnt vorne bleiben der kommt nämlich gleich wieder warum geht da keiner ran an den lasse ich lieber mal hier paar meter rankommen geht doch nicht ist wieder vorne erwarte martin ja nach der nach vorne weil er kommt wieder zu euch es geht gut aber halt da geht es jetzt und tor ecke tor jeder kommt wieder nach vorne und wieder zurück pass auf eigentlich müsste nur eigentlich müsste nur vorne stehen bleiben die bälle kommen nach vorne von manuel neuer wie zum beispiel jetzt abwehr wo ist die abwehr die vorne so der vorne bleiben darf doch nicht wahr sein alle feld ok und jetzt jetzt geht es ja noch mal weiter ja gut ja weil auch ein passend torwart so passt zum torwart ist klar passt zum tor jetzt ist der hier im tor box mich raus ok schlägerei alles klar aber das ist eine ulti einsetzt ich habe nämlich schon 80 prozent also ich habe sie geblockt loser so ein lappen raus 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 habe ich der will ich ein bisschen gesprungen meiner soll die sieht so aus wieso habe ich nicht 88 ich bin die ganze zeit bei denen im tor also jetzt 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 okay das war schon nicht schlecht muss man auch mal echt zugeben das hat er denn das hat er gar nicht gut gar nicht gut gar nicht so schlecht gemacht gut abgestaubt gut abgestaubt gut abgestaubt okay das war dein tor war dein goal das war dann wieder gut noch um aus dem letzten paar ja ich geh ins tor meine gehen nach vorne ich habe ich habe heute kalt und zwar kommt der ball nach vorne auch noch hin okay da kommt oder oh gott okay ich gewinnt vor kai gehen nach vorne guter wechsel wie aus dem bilderbuch das war ganz knapp aber da kommt hier aber gefährlich nah ja kein ding bis 11 hier ist 11 ja das wäre schon ganz einfach zum dreckstor einbekommen war großer fortschritt für uns für die bau rangers nein ganz klar verlängerung so kommt nach vorne und könnte da sogar das war knapp das war knapp so jetzt darf keiner hier einen fehler machen sonst gibt es am nächsten training kasten bier für alle super gerade zu paddeln ja kein ding malade bin ich hier drin malin für dich für dich der kam ja fast vor der war zu weit aneignen jetzt kommt auch gut abgeblockt kai danke das wird angeschossen stimmt gar nicht war es aber schon harter kampf jetzt gerade spannendes erscheinen ja eigentlich haben wir ja schon gewonnen weil die erst war gar nicht verdient haben das stimmt stehen ist dass meine beschwerde an blizzard schicken ja wohl wirklich fix kai andere richtung weiß renn nach vorne ja der kommt zwar gar nicht mal so schlecht okay er kommt er kommt noch mal jetzt für euch doch nicht oh auch an die latte jetzt aber ein bisschen glück noch dabei Ich hab auch noch Ulti. Ich nicht. Bringt mir aber nicht so viel eigentlich. Oh, was ist das denn? Boah, das ist hier eine Rangelei, Alter. Er kommt, er kommt nach vorne. Oh. Okay, nächstes Ulti von denen raus. Ja, ist das schon mal gut. Oh. Oh, der kommt hoch. Was? Wer war das? War das einer von euch? War das. Ach so, gut. Weil bei mir kam auch Parade, wie eingeblendet. Jungs, jetzt muss aber was hier nach vorne funktionieren. Mann. Kann doch nicht wahr sein. Alter, dieses Match dauert zu lange. Das macht richtig Spaß. Ja, aber keiner verlieren will. Aaron, oh. Oh. Oh, das hat nicht funktioniert. Oh, 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 oh. Oh, scheiße. Oh, verdammt. Kein Ding. Der ist jetzt viel nach vorne. Jetzt, jetzt, aber, jetzt, aber. Ich halte den Chouwart einfach von denen ab. Nee, geh mal lieber der Ulti einsetzen. Ist so. Hab ich nicht. Wie viel Prozent? 70. Verdammt, ich hab 56. Er kommt noch mal. Solia Beat. Okay, hab die Ulti raus. Äh, hab die Ulti bis Heft. Ja, 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 ja. Nice, nice, nice. Boah. Keins mehr mehr ein Tor machen. Oh Gott. Martin, Martin, da kommt der mit. Nein, nein, ah nein. Wie auf dieser Loop schon von vorne losgeht. Bei diesem Overtime-Lied. Das ist gar nicht geplant. Das hab ich nur für einmal geplant. Ja. Gleich kommt die Ulti von irgendjemandem. Ich sehe es schon kommen. 88. Oder einfach ein ganz scheiß... 89. Ich hab die ganze Zeit Ulti, aber ich will nicht hierhin raus. Jetzt, jetzt. Nein. Oh, Martin. Ah Gott. Oh, das ist jetzt ein bisschen gefährlich. Okay, die Ulti von dem ist weg. Nein. Ich dachte, keiner wäre zu erstellen. Wir haben keine Ulti mehr, weil die haben keine Ulti mehr. Also im Notfall gehe ich gleich nach vorne mit meiner Ulti. Hab auch Ulti, hab auch Ulti. Oh. Ja. Ja. Yes. Jawohl. Martin. Martin. Schau es dir an. Ja, die Drillinge. Was? Ja, natürlich. Das erste Tor, pass auf. Das erste Tor. Das siehst du. Guck, wie das da rumwackt. Er hat den nicht mal getroffen. Und auf einmal stellen wir alle ein Tor. Alter, ein verdientes Highlight-Tor. Auf jeden Fall. Oh, 15 Schüsse. Boah, das ist heftig. 15 halten. Da habe ich dir auch mal einen Daumen hoch. Oh, danke schön. Das bekommt ein Plus, das Game. Oh, fünf Daumen hoch. Komm, wo ist der andere? Der sechste? Ach. Ja. Lächerlich. Lächerlich. Boah. Ich gehe erst mal in die Eistonne. So, danke fürs Zuschauen. Das wäre das Video. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Haut rein. Tschüss. Peace. 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 Peace.